Das Stadtrecht von Gortis oder Gortin, auch bekannt als große Inschrift, ist eines der ältesten bekannten europäischen Gesetze. Es stammt aus der Zeit um 500 v. chr. bis 450 v. chr. und befindet sich in Gortis auf Kreta. Die Inschrift In den 1880er Jahren führten italienische Archäologen in Gortis Ausgrabungen durch, 1884 entdeckten Federico Halper und Ernst Fabricius. Inschrifttafeln Die aus 42 Steinblöcken zusammengesetzte Inschrift befand sich ursprünglich an den Wänden eines öffentlichen Gebäudes an der Agora der Antiken. Pulis Erhalten sind nur zwölfe der Tafeln, die sich auf den Wänden eines hellenistischen Gebäudes befanden. Das in römischer Zeit in den Bau eines Odeins mit einbezogen wurde. Der Text ist in einem altdorischen Dialekt verfasst und besteht aus zwölf Kolumnen mit je 53 bis 55 Zeilen. Die Zeilenführung verläuft im Bustrophedon, dabei wird abwechselnd von links nach rechts und von rechts nach links geschrieben, bei der Schrift von rechts nach links sind die Buchstabenspiegel verkehrt. In diesem frühgriechischen Alphabet fehlen noch die Zeichen Phi, Chi, Psi, Zeta, Eta und Omega. Inhalt Inhaltlich handelt es sich bei dieser längsten erhaltenen griechischen Inschrift eher um eine Art Novellierung älterer, nicht bekannter Gesetze als um eine Neukodifikation. Kodifiziert sind Regelungen aus Familienrecht, Z. B. Die Adoption, die Rechtstellung geschiedener Frauen und Witwen. Die Rechtstellung nach einer Scheidung geborener Kinder und die von Kindern aus mischehen. Wenn Mann und Frau sich scheiden, soll sie das ihrige haben, was sie mitbrachte zu dem Manne und von dem er trage die Hälfte. Wenn solcher aus ihrem eigenen Vermögen vorhanden ist und von dem, was sie einwob, die Hälfte, was es auch ist. Erbrecht, Z. B. Die sogenannte Erbtochter. Sachenrecht, Z. B. Kauf und Verpfändung von Grundeigentum und das Eigentum an Sklaven und deren Kindern. Das Kind einer unverheirateten Sklavin sollte dem Herren ihres Vaters zugesprochen werden. Das Kind einer verheirateten Sklavin sollte dem Herren ihres Mannes zugesprochen werden. Strafrecht, Z. B. Strafen für Ehebruch und Vergewaltigung. Wer einen Freien oder eine Freie vergewaltigt, soll 100 Staterin erlegen, wenn aber ein Freier einen Häusler oder Häusler erinn, soll er 5 Drachmen erlegen. Wer seine eigene Sklavin vergewaltigt, soll 2 Staterin bezahlen. Prozessrecht, Z. B. Wurden der Veräußerung von Liegenschaften sowie bei Scheidungen und Adoptionen Gedächtnismänner oder Merker beigezogen. Auch bei Liegenschaftsstreitigkeiten als Auskunftspersonen, ferner wird die Beweislast geregelt. Was das Gesetz vorschreibt zu urteilen, sei es gemäß der Zeugen, sei es gemäß der Eides-Aussage, das soll der Richter urteilen. Wie es das Gesetz vorschreibt, von den anderen Sachen soll er aufgrund der Prozessaussagen unter Eid entscheiden. Belege Stefan Link Die Nötigung des Mündels in Gorten 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 Die Nötigung des Mündels in Gorten